So schön bunt sehen die Bandarolen aus auf dem dunklen Deckblatt und viele, viele verschiedene Formate gibt es. Und das sind die neuen Sangapia Bündelzigarren. Bündelware aus Peru, zum ersten Mal überhaupt Bündelzigarren aus dem südamerikanischen Land. Und die Serie wollen wir heute mal vorstellen. Die gibt es erst seit 2021 in Deutschland. Und die Geschichte, ja, die ging eigentlich so, wir haben schon immer eine eigene Bündelserie gesucht hier in Berlin für starke Zigarren und sind in Peru dann auf eine sehr schöne Zigarre gestoßen, die es aber nur in ein paar Formaten gab. Und die wollten wir dann letztendlich zu unserer Bündelserie machen. Der passende Name war dann Sangapia. Sangapia ist eine Pflanze aus dem Amazonas, die eine sehr aromatische Blume hat. Und das war perfekt für die Bündelserie, weil das unglaublich aromatische Bündelzigarren sind. Es gibt kaum eine andere Serie, die so vollmundig und auch so vielschichtig schmeckt wie die Sangapia. Ja, dann schauen wir uns am besten mal die einzelnen Formate an. Wir haben uns überlegt, Mensch, es gibt eine Short Robusto, aber wir könnten es doch eigentlich noch kürzer machen. Das heißt eine Very Short Robusto. Mit der steigt man dann hier auch ein. Das ist das kleinste Format. Dann gibt es die Short Robusto, der Klassiker schlechthin, die Robusto. Es gibt eine Petit Corona, eine Corona, dann die Toro. Und da muss man dazu sagen, Robusto und Toro, das sind die beiden, die uns bisher am besten gefallen haben, aber wir haben auch noch nicht alle durchprobiert. Dann gibt es die Toro Gordo, das ist das dickste Format hier. Und Churchill wiederum ein sehr bekanntes und beliebtes Format. Ja, das war mit ein paar Sätzen. Die Sangapia-Serie vorgestellt, die neuartige Bündelware aus Peru. Und vielleicht noch ganz kurz abschließend zum Preis, was kosten denn diese Zigarren? Das hält sich alles sehr in Grenzen. Die liegen irgendwo zwischen 2 Euro bei den kleineren Formaten und ungefähr 4 Euro bei den größeren dann.